wir waren an der sommerrodelbahn mechernich kommen im freizeitpark zum mühlental und hier seht ihr gerade die abfahrt man kann die waren eigentlich wenn man sich traut ungebremst runter fahren mit kind drauf sollte man vielleicht ein wenig rücksicht nehmen zum schluss sollte man dann tatsächlich mal in die eisen gehen bevor es dann wieder am schlepper nach oben geht nochmal nein siehst du nicht da ganz kannst du das machen also muss ich machen was du kannst wo kann das gar nicht muss gar nichts machen Die Meer und Schweinebacke. Nur steil ist es. Ist gar nicht steil. Warum bleiben wir nicht auf den Schlitten? Ein Schlitten. Aber keiner ist auf dem Schlitten geblieben. Nee. Ja. Oder nicht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke. Ja. 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 Ja.